Ja, es ist wieder soweit. Wir befinden uns hier in Wissencamp 2012 und das dieses Jahr im Aldiana Fuerteventura. Wir haben traumhaftes Wetter, wir haben traumhafte Frauen, die sich dieses Jahr qualifiziert haben. Und es wird wieder richtig schwer werden, hier eine neue Miss Germany zu finden. Jetzt geht es gleich zum Laufsteg-Training. Fotoshootings sind schon absolviert. Ich wünsche euch auf jeden Fall wieder viel Spaß mit Renéa TV. Und jetzt zu den Mädels. Also, guck mal, wir haben hier den Schimmaginären Lauschen. Ist doch nicht super? Ja. Schreib dir schon mal ein bisschen was auf. Stimmt, da bau ich eine eigene Nummer dran. Bisschen auch die Mädels ärgern, solange wir die Musik haben, ist in Ordnung. Die können das vertragen, wie sie sie braucht. Ja. Und wenn sie dann öffnen vor dem Nächsten jetzt. Smile. Sehr schön. Ja, das kann man. Sehr gut. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja. Genau. Komm mal nochmal schnell. Komm mal schnell. Ja. Schreib mir dr richtig. Ich würde dich nichtpirsen. Ich würde dich jetzt abbrücken. Und wie ist das so Laufstegtraining mit Monika Ivan Kahn? Ich meine nach der Model und der Freak, der Model vor allen Dingen. Der Model und das Freak, genau. Deswegen bist du nachher noch dran. Ich ja von wegen. Ach deswegen? Okay. Keine Tasche, keine Competition. Nein! Du bist mir viel zu commercial hier. Viel zu commercial. Editorial. Editorial. Was? Wie ein Fan? Nein wirklich. Das ist mir alles hier viel zu commercial. More editorial jetzt hier. Und zufälligerweise auch hier unter uns die Karate Nationalmannschaft. Genau. Freuen wir uns, dass ihr da seid. Hi. Gefällt es euch hier? Super. Super. Okay. Super Frauen. Alles gut. ARD Text im Auftrag von Funk